Heute habe ich den Notfallsanitäter Ausbildungslehrgang im zweiten Ausbildungsjahr bei der Feuerwehr Hamburg begleitet und mir angeschaut, was die Jungs und Mädels im Rahmen ihrer Ausbildung so alles lernen. Das war total interessant und danach habe ich noch den Lukas getroffen und unser Interview, warum er Notfallsanitäter werden will, seht ihr jetzt. Hallo ihr Lieben, ich sitze auf dem DVI vor einem RTW der Feuerwehr Hamburg und habe neben mir den Lukas und der Lukas ist Notfallsanitäter im zweiten Ausbildungsjahr und ihr habt gerade in dem kleinen Filmchen schon gesehen, was der Lukas in seiner Ausbildung so alles lernt und was er dann darf. Wir haben gerade eine Simulation gesehen, wo du gezeigt hast, wie du Patienten versorgt, oder nicht du, aber deine Kollegen gezeigt haben, wie Patienten versorgt werden. Lukas, warum möchtest du denn Notfallsanitäter werden? Ich möchte Notfallsanitäter werden, weil ich zum einen ziemlich gerne Menschen helfen möchte. Mir ist die Abwechslung im Beruf ziemlich wichtig, also ich möchte keinen Job haben, wo ich morgens zur Arbeit komme und schon weiß, wie der Job ablaufen wird. Es sollte abwechslungsreich sein und das bietet der Rettungsdienst auf jeden Fall. Ja, das bietet der Rettungsdienst, aber bisher nie was passiert. Wir gucken auf die Pipa, wir wissen es nicht. Genau. Rettungsdienst, Notfallmedizin ist ja eine Teamarbeit und du möchtest jetzt Notfallsanitäter werden, um den Notarzt zu ersetzen. Nein, auf keinen Fall. Das auf jeden Fall nicht. Also möchtest du mich noch dabei haben bei den anderen? Ja, natürlich. Wir werden natürlich ausgebildet, dass wir lebensfreundliche Supportmaßnahmen durchführen können, dass wir Patienten helfen können, aber wir wollen den Notarzt natürlich nicht abschaffen. Wir wollen ihn entlasten, aber wir wollen nicht, dass der Notarzt vollständig aus dem Rettungsdienst rausfliegt quasi, sondern wir wollen eine Möglichkeit bekommen, einfach dem Notarzt ein bisschen Arbeit abzunehmen, damit zum Beispiel gar nicht so komplexe Einsatzsituationen auch durch uns abgearbeitet werden können. Das heißt, lebensbedrohliche Notfälle komme ich weiterhin und Docaro kommt ja immer ein bisschen später und bis Docaro an der Einsatzstelle ist, ist der Lukas da. Und Lukas, dann freue ich mich, vielleicht sehen wir uns ja mal an der Einsatzstelle. Vielen Dank an Feuerwehr Hamburg und wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.